Wir wollen wieder eine Runde Logarithmen berechnen. Berechnen den Wert der folgenden Logarithmen im Kopf. Also ohne Taschenrechner. Und das sieht jetzt aber sehr seltsam aus hier am Rand. Wir haben sehr seltsame Basen. Okay, warum machen wir das? Ganz einfach. Ich möchte, dass jede Person, die diese Videos schaut, auch die Chance bekommt, diese Thema zu meistern. Wenn du diese Aufgaben hier am Rand gut verstehst, dann hast du zumindest das Prinzip der Logarithmen wirklich verinnerlicht. Und dann ist es wirklich nur noch eine Übungsfrage. Logarithmus von 2 zur Basis 64. Logarithmus von 2 zur Basis 64. Oder anders, ihr fragt wieder. 64 hoch was ist 2? 64 hoch was ist 2? Was muss ich in Exponenten von 64 schreiben, um 2 zu bekommen? Oh Gott, das kann ja nur eine Wurzel sein. Also die wievielte Wurzel aus 64 ist 2? Eine Wurzel aus 64 ist 8. Geht schon mal nicht. Boah, puh. Na ja, 2 hoch wieviel ist denn 64? 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 4 ist 16, 2 hoch 5 ist 32, 2 hoch 6 ist 64. 2 hoch 6 ist 64. Die Lösung ist also ein Sechstel. Denn 64 hoch 6 ist gleich 2. Und 2 hoch 6 ist 64. Logarithmus von 3 zur Basis 81. 81 hoch was soll 3 sein? Die wievielte Wurzel aus 81 ist 3? 3 hoch was ist 81? 3 hoch 1 ist 3, 3 hoch 2 ist 9, 3 hoch 3 ist 27, 3 hoch 4 ist 81. Demzufolge ist die vierte Wurzel aus 81 3. Die vierte Wurzel schreibe ich als ein Viertel. Also hier muss man sich gut konzentrieren, hier muss man gut umdenken. Umdenken ist, glaube ich, das Zauberwort. 81 hoch ein Viertel ist 3. Wir haben uns gefragt, 81 hoch was ist 3? Ja, muss ja irgendwie eine Wurzel sein. Also fragen wir uns, 3 hoch was ist 81? Immer irgendwie umdenken. Auch bei der dritten Aufgabe. Logarithmus von 3 zur Basis 243, was auch immer. Fragen wir uns wieder. 243 hoch was ist 3? 3 hoch was ist 243? 3 hoch 1 ist 3, 3 hoch 2 ist 9, 27, 81 ist 243. 3 hoch 5 ist 243. Okay. Schön. Dadurch ist die fünfte Wurzel aus 243. Die 3 und fünfte Wurzel schreibe ich als ein Fünftel. 243 hoch Fünftel ist 3. Und 3 hoch 5 ist 243. Logarithmus von 5 zur Basis 625. 5 hoch 1 ist 5, 5 hoch 2 ist 25, 5 hoch 3 ist 125. 5 hoch 4 ist 625. 5 hoch 4 ist 625. Vierte Wurzel aus 625 ist wiederum 5. Vierte Wurzel schreibe ich als ein Viertel. Denn 625 hoch ein Viertel. Und so eine Einsein hier oben ist gleich 5. Cool. Logarithmus von 2 zur Basis 1024. Wie vielte Wurzel aus 1024 ist 2? 2 hoch was ist 1024? So ist die Reihenfolge der Fragestellung. 1024 hoch was ist 2? Die wie vielte Wurzel aus 1024 ist 2? 2 hoch was ist 1024? 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 2 ist 4. 8. 16. 32. 64. 64. 128. 256. 512. 1024. Zwei volle Hände. 10. 2 hoch 10 ist 1024. Und demzufolge ist die zehnte Wurzel aus 1024 ein Zehntel. Denn 1024 hoch ein Zehntel ist 2. So sieht das hier also aus. Grundsätzlich gilt immer, Logarithmus von Blau zur Basis Gelb ist Grün. Denn Gelb hoch Grün ist Blau. Wir suchen also immer nach einem Exponenten. Denn immer auf dem Schirm haben, wenn du den Wert von Logarithmen berechnen möchtest, wir suchen den Exponenten. Hab keine Angst, die Basis kann auch eine größere Zahl sein. Wenn du dir das ganze Ding als eine Wurzel vorstellst, muss der Exponent eben ein Bruch sein. Der Exponent ist dann eine gebrochene Zahl. Löse gern die Aufgaben unter diesem Video. Schau dir auch gern noch die anderen Videos zum Thema Logarithmieren an. Ich habe da eine ganze Übungsplaylist angelegt. Schau gern mal rein, wenn du Meister oder Meisterin des Logarithmierens werden möchtest. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Tschau und tschüss. Heinrich. Tschau und tschüss. Tschau und tschüss. Tschau und tschüss.